Ja Momo Leute, euer Zero hier und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von SixtyBarSex. Ich hoffe ihr seid bereit für die nächste Folge. In der letzten Folge wurde Emmett in den Hintern gebissen von irgendeinem Alien. Und wir konnten den ersten Planeten, den wir gefunden haben, nicht anfliegen, weil wir nicht die Utensilien dafür haben oder hatten. Und ja, die Kommunikationskonsole ist immer noch drin. Aber es liegt auch einfach daran, dass wir noch nicht gelandet sind. So, ja, wir haben auf jeden Fall ein Buch bekommen. Und die Statue hergestellt. Da haben wir sie. Und bevor wir jetzt irgendwas herstellen, ich muss mal kurz ne Übersicht haben. Wir haben ja Unmengen an Chemikalien. Haben wir schon irgendwas verwässert gehabt? Glaub nicht, ne? Ich glaub nicht. Aber wir brauchen ohnehin noch ziemlich viel Energie, um das Herstellungsmittel zu verbessern. Äh, wir gehen jetzt mal weiter. Natürlich kannst du dir Astro-Bürger-Werbematerialien durchsehen, wenn die langweilig ist. Aber nein, leg ihn nicht an. Käpt'n, du hast soeben den Gewichtsbeobachter 1000 um den Handgeleg geschnallt und ausgelöst. Das ist nur ein defektes Werbe-Gadget. Wenn du dich jetzt im Spiegel anschaust, siehst du eine schwabbelige Bulldogge. Dieses Ding soll dich dazu motivieren, abzunehmen. Hör auf, dich an deinem Ohr zu kratzen. Oder zieh vorher wenigstens den Schuh aus. Unternehm lieber etwas dagegen. Das Schiff braucht einen Käpt'n. Klebeband. Wir wissen, Klebeband, da zieht man einfach nur ein Stück ab, ne? Und dann benutzt man das. Das heißt, es wird nicht kaputt gehen. Währenddessen die Socke natürlich kaputt geht. Das wissen wir alle. Und deswegen benutzen wir die Sonne. Die Sonne. Das Klebeband. Ich seh gerade bei der Camp, wie die Sonne halt auf mich rauf scheint. Sieht ein bisschen seltsam aus, aber naja. Gut. Ich hab jetzt keine Lust, meine Jalousien runterzumachen. Ich denke mal, so ein bisschen beleuchtet sieht das Ganze auch gut aus. Naja. So, wir haben uns entschieden. Wir haben Hunger. Scheiße. Wir haben Hunger. Okay, dann müssen wir was essen. Und wir müssen zwei Tage dafür aufbringen, Essen herzustellen. Wir müssen bald mal landen, um Ressourcen zu finden. Ich mein, für einen alleine auf diese Art zu überleben, mit dem hin und her tauschen, ist richtig einfach. Aber zu zweit. Weil sonst brauchst du nur einen Tag, um Essen herzustellen. Jetzt brauchst du zwei Tage. Ah. Naja. Wir müssen die Kommunikator wieder herstellen. Captain, du hast deine... Achso. Wir müssen erstmal das hier lesen. Haha. Du hast versucht, den Gewichtsbeobachter 1000 mit Klebeband zu reparieren. Falls ich jemals unter einer Fehlfunktion leide, dann sei doch bitte so lieb und nutze richtige Werkzeuge. Ist mir völlig egal, dass es funktioniert hat. Die Wartung von Geräten sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Gewichtsbeobachter 1000 hat dein Körpergewicht neu kalkuliert. Er hat deinen Hunger angepasst, dein Verlangen nach Schokolade beseitigt und sich ausgeschaltet. Eigentlich schade. Ich habe mich langsam an das Konzept gewöhnt, ein Haustier an Bord zu haben. Also es hat funktioniert. Easy. Hm. Aber ich hatte deswegen auch keinen Hunger mehr eigentlich. Hätte ich nichts essen müssen. Experimentell. Es hört sich echt an, als wäre da irgendwas in unserem Hintern nicht in Ordnung. Käpt'n, du hast deine Mundhygiene schon viel zu lange vernachlässigt. Ich sage dir jetzt, der fiese Zahn muss raus, bevor die Sache noch schlimmer wird. Aber keine Sorge, es tut nur ganz kurz weh und vielleicht darfst du dir zur Belohnung auch etwas aus der Spielzeugbox nehmen. Okay, ich glaube das war so, dass wir ein Narkotikum bekommen haben, was kein Narkotikum war, sondern ein Buff. Wenn wir es selber machen, ziehen wir uns das Zeug nicht rein, glaube ich. Aber wenn es hier unser Baby macht, dann bekommt er einen Buff. Ich glaube, wenn ich das mache, bekomme ich keinen Buff. Habe ich jetzt Suppe hergestellt? Ja, ne? Ja. Suppe. Du stecktest die Prozedur tapfer weg, aber Baby verdaute den Anblick weniger gut und bestand im Schock darauf, die ganze Flasche des Narkotikums auszutrinken, um die Nerven zu beruhigen. Baby wurde nach Verzehr der gesamten Flüssigkeit ohnmächtig und wachte erst nach einer langen Weile wieder auf. Er fühlte sich schwach und antriebslos. Hm, hat mal jemand auf das Verfallsdatum gesehen? Verdammt! Ah, diesmal war kein Buff drin, okay. Wieso sind wir befreundet und seelenverwandt? Naja. Gut. Woher nehme ich die Energie? Bekomme ich einfach so gratis Ressourcen? Ist das neu? Ist das gepatcht worden? Bekommt man immer pro Tag ein paar Ressourcen? Ist das dann nicht ein bisschen zu einfach? Dann stellen wir erstmal die Kommunikator her. So, in unserem Rumpf ist ein Eindringling aufgetaucht. Er wedelt in der einen Hand mit einer Waffe herum, während er die andere auf eine grässliche Wunde hält. Der Eindringling bist du. Er sieht genauso aus und bewegt sich genau wie du. Denn eine exakte Kopie schreit, dass er aus einer parallelen Realität kommt. Einer anderen Zeitachse unserer Welt. Er fordert unsere Hilfe und Ressourcen ein und droht, dich zu erschießen, falls du ihm nicht hilfst. Er wird mich doch im Leben nicht erschießen. Jetzt ist natürlich die Frage, heilen wir ihn oder geben wir ihm Ressourcen? Ich möchte ihn eigentlich ungern heilen. Obwohl ich auch nicht weiß, ob der Erste-Hilfe-Kasten... Moment. Erste-Hilfe-Kasten... Der Erste-Hilfe-Kasten würde uns Steine geben. Wir brauchen ihn. Rein theoretisch müsste ich den Erste-Hilfe-Kasten verbessern und dann auseinandernehmen. Um mehr Steine zu bekommen. Wir brauchen definitiv den Erste-Hilfe-Kasten. Ja. Gasmaske werde ich im Leben nicht verschwenden. Ansonsten würde uns die Sockenpuppe noch Steine geben. Aber ich glaube, wir brauchen Chemikalien, um die Sockenpuppe herzustellen, ne? Hm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Komm, wir geben ihm die Statue. Kann er Ressourcen haben, bitteschön. Hoffen wir mal, dass ihm das genügt und er uns jetzt dafür irgendwie hilft. Er hat uns die Waffe gegeben. Du hast den Alternativen Emmett Ellis mühelos klein geredet. Während er plauderte, hast du das Asafakt unauffällig auf ihn gerichtet und fokussiert. Mit einem Lichtblitz verschwand der Alternative Emmett. Er hat die Waffe zurückgelassen. Es tut mir leid, dass ihr euch nicht unter besseren Umständen getroffen habt. Ich bin mir sicher, dass du dich sonst sehr gemocht hättest. Ich weiß nicht, ob du technisch begabt bist, achso. Ja, cool. Der sieht aber ziemlich zusammengeflickt aus, ne? Mein anderer Kommunikator sah ein bisschen heiler aus. Naja. Ach, der ist von hoher Qualität! Gratis! Oh mein Gott, Gratis-Stoff! Ich könnte das Ding recyceln, wenn ich es nicht bräuchte. Oh, ich könnte das Ding... Da! Wir kriegen pro Tag einen von allem! Das ist neu! Alter! Alter! Wir haben das Spiel einfacher gemacht! Okay... Äh... Oh nein! Das ist der Vorderplanet! Fangen wir auf den Vorderplaneten? Folgendes... Wir brauchen den Kommunikator... Um... Oder wir müssen... Äh... Die Kommunikationskonsole reparieren... Mit dem Kommunikator! Das Problem ist, wir haben jetzt einen richtig guten Kommunikator! Sollen wir ihn erst recyceln und dann neu bauen? Wie sieht der Hunger aus bei euch? Komm, wir recyceln ihn und bauen ihn da neu! Das ist es mir wert! Ich weiß nicht, das ist... Wir machen es einfach mal! Wir riskieren es! Ich... Ich will diese Ressourcen nicht verschwenden, die wir daraus kriegen könnten! Sir! Etwas riesiges ist auf unserem Scanner aufgetaucht! Ein finsterer Planet mit Tosen im Himmel befindet sich genau vor uns! Er wird von einem immensen Unwetter heimgesucht, aber unter den dunklen Wolken konnten meine Scanner vage und unklare Wärmesignaturen und mehrere Bauten aufspüren! Selbst eine Welt voller Donner ist vermutlich eine Verbesserung gegenüber diesem irrsinnigen, leeren Vakuum! Soll ich das Landeprotokoll initiieren? Meine Theorie ist, dass das hier die Erde ist, die quasi explodiert ist! Das ist meine Theorie! Wir werden wahrscheinlich niemals herausfinden, ob das die Erde war, aber ich glaube echt, das war die Erde! Yay! Tag 19! Ja, jetzt ist natürlich der Kommunikator am Arsch, ne? Ähm... Wir haben gerade erst die Waffe bekommen! Bei unserem Landeanflug auf den Unwetter heimgesuchten Planeten wurde deutlich, dass es sich hierbei nicht um ein normales Gewitter handelte. Es war allgegenwärtig und finster, wie eine Decke aus wirbelnden Schatten. Der Flug verlief holprig, aber du hast es geschafft, unser Raumschiff an einem sicheren Ort auf dem Planeten zu landen. Den einzigen Preis, den wir dafür zahlen mussten, war unsere Kommunikationsausrüstung. Sie ist während des Fluges... Weißt du, das ist das einzige, was wir zahlen mussten und dafür ist die Waffe kaputt oder was? Sie ist während des Fluges durch die atmosphärische Elektrizität durchgebrannt. Von hier unten ist eines allerdings klar. Das ist kein Unwetter, es ist irgendwas anderes. Die Oberfläche des Planeten hat viele Kriege erlebt und diese sind nicht nur auf atomare Katastrophen beschränkt gewesen. Wir sollten beim Erkunden vorsichtig sein, Captain. Captain des Explo... Wieso ist denn die Waffe kaputt gegangen? Das äh... Mir wurde nicht erklärt, warum die Waffe kaputt gegangen ist. Sie ist einfach kaputt. Ja, danke für nix. Ja gut, da... Das muss warten. Oh Gott! Oh Gott, wir brauchen Steine! Okay, wir müssen drei Tage ausharren. Kann ich die Waffe verbessern? Nee. System. Wenn ich das Expeditionssystem verbessere, was würde dann passieren? Kann ich dann einmal mehr laufen? Ich mein, ich brauch das ja nicht. Ich hab ja nur zwei Leute. Wir brauchen noch drei Strom. Wir brauchen ohnehin drei Tage. Weißt du was? Wir nutzen die Zeit und stellen uns was festen her. So, die Frage ist, wollen wir schon mal losgehen? Chance auf Steine. Aber die Gefahren sind... Ist kein leichter Planet. Eieiei. Gehen wir zuerst zur Lichtung. Ich glaub, die Lichtung ist ganz gut. Ah, dann können wir mehr Sachen mitnehmen. Hm. Okay, Gefahren ist... Ich weiß nicht, was... Ich hab immer noch nicht erfahren, was das ist. Für mich ist das ein Haufen Gras. Also keine Gefahr. Wir haben auch keine Schaufel oder so, die er mitnehmen kann. Weißt du was? Komm, nimm die Rüstung mit und... Dann war's das. Ja, cool. Dann müssen wir erstmal warten, bis die Kommunikationskonsole wieder heil ist. Drei Tage warten. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das werden wir überleben. Super hergestellt. Juhu. So. Was haben wir denn heute? Wir sind einem der vermeintlichen Bewohner des Planeten begegnet. Das Alien trug einen schwer aussehenden Koffer mit sich herum und betrat ein Gebäude in der Nähe, das wie ein Bunker aussieht. Du bist ihm gefolgt. Er ließ seinen an eine Rüstung erinnernden Anzug und den Koffer auf ein Regal mit einer Vielzahl an anderen Anzügen und Koffern zurück. Das Alien scheint sich gerade eine Dusche zu gönnen. Also handle schnell. Wirst du dir einen der Anzüge schnappen und verschwinden oder irgendeinen Koffer aufbrechen? Ja, dann schnappen wir uns einen der Anzüge. Ich meine, allein schon, dass ich nur die Möglichkeit habe, jemanden anderen zu beklauen, ähm, ist schon ein bisschen fies, ne? Ist schon ein bisschen fies. So, ich könnte die Waffe reparieren. Ja, komm, die Waffe reparieren wir, ist doch ganz klar. Die Ressourcen haben wir. Ich muss sagen, seitdem wir dann den Trick herausgefunden haben, wir diesen hin und her tauschen, ist voll easy geworden alles. Dein Verstoß in den Bunker des Aliens ist gut gelaufen, Captain. Du hast dir einen der gepanzerten Anzüge gekrallt und bist schnell wieder verschwunden. Die Tür des Bunkers ist hinter dir zugegangen und hat sich verschlossen. Das Alien hat so viele Ersatzanzüge, dass es wahrscheinlich gar nicht merken wird, wenn einer fehlt. Als du wieder im Shuttle angekommen bist, hast du die Rüstung direkt ausprobiert. Was für ein Pech. Du hast versucht, die Rüstung auf jede erdenkliche Weise anzuziehen, hast aber einfach nicht hineingepasst. Auf einmal überkam dich Reue, also bist du zurück zum Bunker getrottet und hast die Rüstung draußen mitsamt einer Notiz mit der Aufschrift, sorry, liegen lassen. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir schon eine Rüstung haben und bei Baby damit unterwegs ist. Sir, in der Nähe streift ein Signal umher. Lass es mich analysieren. Das Signal enthielt ein Virus, Captain. Es scheint, als hätte es unser Herstellungsmodul infiziert. Nein, nicht das. Es programmiert die Firmware des Moduls neu und es aktiviert das Modul. Ich weiß nicht genau, wo es die Energie herbekommt oder was der Zweck hinter den merkwürdigen Vorgängen innerhalb des Moduls ist. Möchtest du versuchen, etwas in den Behälter zu geben oder die Energie daraus zu gewinnen? Dann packen wir das Artefakt rein. Batterie haben wir leider noch nicht. Tag 22. Nein! Du hast dich dazu entschieden, ein Artefakt in das gehackte Herstellungsmodul zu legen. Einen Augenblick später begann es einen Strahl abzuschießen, mit dem es das Artefakt Molekül für Molekül zerlegte. An seiner Stelle erschien eine warme, köstliche, riechende Masse. Du hast ein wenig davon probiert, bevor du Unmengen davon in dich hineingeschopft hast. Wer hätte gedacht, dass ein neu zusammengesetztes Artefakt so lecker und nahehaft sein würde. Das Virus hat sich danach selbst gelöscht und der vorherige Zustand des Moduls wurde wiederhergestellt. Wie schade, Captain. Hätte er nichts machen sollen oder was? Schon wieder ein Fehler. Ach Gott. So, wir haben jetzt 30 Energie. Wir haben auch genug, um die Kommunikationskonsole herzustellen. Deswegen machen wir das zuerst. Weil es dauert nur eine Runde. Und dann verbessern wir das Herstellungsmodul. Das Herstellungsmodul. Captain. Es scheint da einen Fehler. Fehler. Ich bin kaputt. Bitte repariere mich. Systemfehler. Rasch handeln wird erfordern. Systemfehler. Bitte, Captain. Tu etwas. Ich weiß nicht, wie lange ich noch funktionieren. Funktionstüchtig bin. Weil ich... Natürlich mit Intelligenz. Zack. Ist mein Fenster gesplittet? War das schon immer so? War das schon immer so ein Splitter drin? Ja, cool. Jetzt haben wir das Kommunikationsmodul. Halt können wir dann da einbauen. Da freuen wir uns. Und... Wir verbessern das Herstellungsmodul. Wir empfangen ein Signal, Sir. Es hört sich wie eine schmierige, freiere Version des Mausecodes an. Das Signal wird schwächer, Captain. Möchtest du schnell noch mit dem Kommunikator antworten oder erst zum Handbuch greifen, um es zu entschlüsseln? Wie entschlüsseln. Ich hoffe, das Buch bleibt erhalten. Ich muss auch manchmal Risiken eingehen. Manchmal muss man Risiken eingehen. Oh, guck mal. Du hast im Schiffseigenen Handbuch nachgeschlagen und Tipps für das Entschlüsseln so eines Signals zu finden. Leider konntest du kein klares Muster feststellen. Du hast über den Notizen und Diagrammen gebrütet. Aber das Entschlüsseln der Übertragung war wie das Fischen in trüber Suppe. Nach ein paar Stunden ist die Übertragung abgebrochen. Wenn du mich fragst, können sich diese Aliens mal gefliegt ins Knie morsen. Baby ist von seinem Trip zur nördöstlichen Lichtung zurückgekehrt. Er humpelt etwas durch die Reise fast ausgehungert und leicht außer sich. Du machst es dir bequem, während er dir seine Geschichte erzählt. Die Durchsichtigen, sich gespenstisch über die Waldfahne wölbenden Bäume mit ihren spitzen Ästen machten die Reise vom Baby ein wenig nervenaufreibend. Die meisten Schnitte, Stiche und Stiche wurden durch den robusten Anzug, den du ihm gegeben hast, abgefangen. Dafür hat der Anzug einige Kratzer und Risse bekommen. Er konnte von Grund eines funkelnden Teichs einige wertvolle Mineralien absammeln. Drei Suppe mehr bekommen, ja nice. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich nur müde. Den Anzug mitzugeben ist eigentlich eine gute Sache. Reicht es schon, wenn wir ihm die Puppe geben? Ich meine, wir haben Ressourcen und Ende. Ist ja eigentlich egal, was wir machen. Captain, das Kommunikationsmodul ist immer noch kaputt und somit sind wir absolut taub. Ja, reparieren wir selbstverständlich. Ich habe mich um alles gekümmert. Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Alles ist Dufte. Hallo Welt. Ein voller Erfolg, Captain. Der Kommunikator und an der Kommunikationskonsole funktioniert einwandfrei. Ich werde die Ästhetik nicht bewerten, da wir jetzt endlich Übertragungen empfangen können. Jetzt müssen wir nur warten, bis jemand uns kontaktiert. Jemand wird uns schon finden. Irgendwann. Baby war offensichtlich erstaunt über unseren heutigen Fortschritt. Er hat sogar fast gelächelt. Es besteht noch Hoffnung. Cool. Baby hat sich ausgeruht. Sehr schön. Dann können wir auch direkt wieder die Puppe herstellen. Und Baby wieder losschicken. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur... Wir müssen ihm hier drei Sachen mitgeben. Eine Waffe. Ich glaube, das hier sind einfach nur spitze Stacheln, dass er sich da verletzen kann. Weil jedes Mal, wenn wir jemanden dahin geschickt haben, war er ziemlich fertig. So, das heißt, Rüstung, Waffe und Gasmaske. Was haben wir hier? Nur die Waffe. Ja, dann... Geh mal in die Stadt, würde ich sagen, ne? Mr. Baby. Bitteschön. Kriegst die Waffe dazu. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gedeutet. Ich weiß es halt nicht. Ah, gestern Nacht habe ich mir einige Designs für wunderschöne Maschinen angesehen. Das... Warum tut jetzt nichts zur Sache? Aber jetzt pass auf. Ich habe an Bord einen Lebensmittelautomaten entdeckt. Alle Shuttles des Astroberger Programms sollten planmäßig mit einem davon ausgestattet werden. Bei unseren Sirm fehlt ein Hebel. Aber ansonsten scheint er funktionstüchtig zu sein. Ja gut, wir haben jetzt die Schaufel nicht. Wir wissen, dass es mit der Schaufel funktioniert hat immer. Aber mit Klebeband hatten wir, glaube ich, nur ein Versagen bisher. Ach, guck mal, die Edgars sind wieder da. Offizielle Studien der Regierung haben gezeigt, dass es im Universum nichts gibt, das sich nicht mit Klebeband reparieren lässt. Es war ein Geniestreich anstelle eines Hebels ein Stuhlbein anzukleben. Jetzt nur noch ein wenig daran ziehen. Na bitte, Käpt'n, eine brandneue Suppendose direkt aus dem Automaten. Dummerweise enthielt er nur eine Portion. Keine Sorge, ich habe mich bereits um restlichen Müll gekümmert. Die Edgars, guckt sie euch an. Es freut mich, dass die Edgars wieder da sind. So. Mhhh. Puppe ist so gut wie hergestellt, sehr schön. Igitt, wie ekelhaft. Ich dachte, es wäre nur ein Klischee, dass Küchenschaben als einziges eine nukleare Apokalypse überleben. Doch anscheinend hat sich eine ganze Sippe in unserer sechsbeinigen Freunde bei uns eingeschlichen. Käpt'n, sei vorsichtig. Diese Schaben sind größer, intelligenter und weitaus gefährlicher als die durchschnittlichen Vertreter ihrer Art. Du könntest versuchen sie zu töten oder sie in Ruhe lassen. Ey, wir töten sie natürlich nicht, ne. Ist ja ganz klar, die Edgars, die gehören zur Familie. Die lassen wir natürlich da. Aber freut mich, dass die wieder da sind. So können wir wenigstens versuchen, alles richtig zu lösen mit denen. Du hast die Schaben nicht gejagt, sondern beschlossen mit ihnen an Bord des Schattels Waffenstillstand zu schließen. Die Schaben schätzen deine friedliche Einstellung und haben dir etwas hinterlassen, um ihre Dankbarkeit zu zeigen. Was, die Sockenpuppe? Nein. Was haben sie mir denn da gelassen? Gar nichts. Wow. Hier hast du nichts. Geil. Ähm. So. 60 Energie brauchen wir. Na gut, das kriegen wir auch noch hin. Aber jetzt können wir auch die Batterie herstellen, ne. Wir können ja nicht alles hier herstellen. Da fangen wir an mit dem Kommunikator und dann ziehen wir durch. Käpt'n ganz in der Nähe wächst aus einem Riss im Boden eine adrige blaue Frucht. Sie pulsiert leicht. Äh. Das hatten wir schon mal. Ich glaub, sie war gut. Ich glaub, sie war gut. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaub, die war gut. Äh. Ich hab vergessen, die Messen zu geben. Egal, Kommunikator. Du hast beschlossen, dass man die blaue Frucht deinen Nähe des Schiffs mal probieren könnte. Von voller Reihe überkommen sankst du deine Zähne in das Fruchtfleisch, doch aus Genuss wurde schnell blanke Horror. Die andere Hälfte war voller sich windender lila Würmer. Du versuchtest sie auszuspucken, doch dabei überkamen dich heftige Krämpfe. Als du einige Minuten später wieder zu dir kamst, behauptest du, behauptest du, behauptest du, behauptestest du, ach egal, der Gehirn würde brummen. Als ob alles doppelt so schnell ablaufen würde. Dann machst du plötzlich einen Handstart und liefst Kopf rüber umher. Ja, das war ein Buff. Aha. Ja, komm. Bitteschön. So, dann, äh, Feuerzeug würde ich sagen. Okay. Käpt'n, ich kann sehen, wie die Kante eines Gegenstandes aus dem Boden hervorragt. Unter der Erde flackern Lichter. Du berichtest... Was ist denn los mit mir? Du berichtest, dass es sich dabei um eine Computerschnittstelle mit merkwürdigen sechseckigen Tasten und einem Alphabet aus 60 Zeichen handelt. Möchtest du sie dir genauer ansehen? Komm, das machen wir als letzte Amtshandlung für diese Folge. Ich kann nicht mehr reden. Ich brauche, glaube ich, eine Lernepause. Alter. Kommunikation ist schwer, Freunde. Tag 29. Ja, uns geht's wieder gut. Nachdem du den umgestürzten Alien-Computer ein paar Stunden untersucht hast, hast du scharfsinnig angemerkt, dass es sich bei der Sprache um ein Konsonantensystem, also um ein Schreibsystem ohne Vokale zu handeln scheint. Dann haben wir begriffen, was wir da eigentlich lesen. Es war eine historische Niederschrift, die wohl einst einen Nachrichtenartikel gewesen ist. Der Text berichtet von einem vernichtenden Krieg auf dieser Welt, der anscheinend vor langer Zeit stattgefunden und auf dem Planeten verwüstet zurückgelassen hat. Der Konflikt wurde sowohl mit Nuklearen als auch mit chemischen Mitteln ausgetragen. Es ist gut zu wissen, dass die Menschen nicht die einzige selbstzerstörerische Kraft im Universum sind, falls es nicht die Erde ist. Auch wenn ich sagen kann, dass mich das überrascht. Durch dieses Wissen fühlst du dich mental etwas besser. Und ich bin fit im Kopf. Triff fünf erfolgreiche Intelligenzentscheidungen. Captain ist jetzt voll auf der Spur. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Er ist hungrig. Glücklich, wachsam, experimentell. Nice. Darum kümmern wir uns morgen. Ich kann nicht mehr lesen. Freunde, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und ob endlich das Alien aus dem Arsch von Emmelt rauskommt, das erfahren wir hoffentlich in den nächsten Folgen. Laut rein, euer Zero. Tschüss.